In der letzten Zeit bekomme ich immer wieder die Frage, Jakob, wie klappt das mit der Bridge? Wie klappt es wirklich? Kannst du mir nicht mal Step by Step by Step zeigen, wie das Ganze funktioniert? Genau dafür ist das Video jetzt ganz kurz und knackig erkläre ich euch hier, wie die Bridge nicht nur funktioniert, sondern was du exakt machen musst, um am Ende Puls oder Puls X in den Händen zu halten. Dementsprechend schaust dir an und nutze es, um wirklich jetzt in dieses Ökosystem zu gelangen. Vergesst nicht zu liken, zu abonnieren und lasst mir auch gerne einen Kommentar da. Ich habe übrigens mein WhatsApp bzw. auch eine Telegram-Gruppe jetzt hier unten verlinkt, wo man reingehen kann, wo man mir schreiben kann, wenn man irgendwelche Fragen hat und nach Menschen sucht, mit denen man sich austauschen kann. Jetzt legen wir aber los. Das hier ist die offizielle Seite der Puls Chain und hier sollte man auch drauf, um überall anders hinzukommen. Puls Chain.com Das gibt ihr ein. Hier starten wir und hier rüber können wir alle möglichen Links bekommen. Die sind hier blau hinterlegt. Für uns ist heute die Bridge und eben auch Puls X interessant. Jetzt geht es aber erstmal darum, dass wir ja Geld auf unsere Meta-Mask bringen müssen. Und wie kriegen wir meistens Geld aktuell in den Kryptomarkt rein? Na, wir kaufen irgendwie bei Binance. Das heißt, ihr kauft jetzt bei Binance, bei KuCoin, bei Coinbase oder hier direkt bei Meta-Mask kauft ihr Ethereum. Könnt ihr auf Plus klicken. Ja, wenn ihr hier auf Plus klickt, beziehungsweise Ethereum auf Binance und Coinbase habt, dann könnt ihr hier einfach diese Adresse hier oben, ja, das steht unter eurem Ding, wenn ihr da drauf klickt, sagt es öffentliche Adresse gespeichert, beziehungsweise in Zwischenablage kopiert. Diese Adresse fügt ihr bei Binance rein, wenn ihr auf Ethereum geht und dann auf Auszahlen. Dann fügt ihr die bei der Adresse ein und wählt bei Netzwerk ERC20 Ethereum Blockchain. Dann kriegt ihr eure Coins, eure Tokens innerhalb von 5 Minuten hier auf die Wallet. Und was ist jetzt der nächste Schritt? Jetzt sind sie schon mal auf Ethereum, aber noch nicht auf der Pulse Chain. Um das dann zu machen, gehen wir hier auf die Bridge und können bei dieser Bridge unsere Wallet verbinden. Da klicken wir hier auf Meta-Mask, nutzen nicht die von Brave Wallet, sondern nutzen die Meta-Mask, klicken nochmal drauf, zack. Okay, da muss man manchmal die Seite neu laden. Und dann, so, connecten unsere Wallet nochmal, jetzt sind wir verbunden und geben hier oben den Betrag ein, den wir bridgen wollen. Ja, ich habe jetzt hier nicht so viel Ethereum, würde das aber richtig sein, beziehungsweise wenn ich jetzt hier so 0,0072 eingebe, ja, dann sagen sie Minimum immer 0,0018, ist ja auch egal. Weil letztendlich wird dieser Button hier unten blau. Ihr könnt dann draufklicken, müsst in Meta-Mask einmal hier, das kommt dann so, das poppt dann so auf, das müsst ihr genehmigen. Ja, sobald ihr das genehmigt habt und sobald ihr es gesendet habt und hier nur noch so ein Screen steht, wo von wegen, ja, klicken sie jetzt hier, um ihre Transaktion anzuschauen oder machen sie eine neue steht, könnt ihr per Handy, sind dann oben so drei Striche, da könnt ihr dann hier auf Transactions klicken und seht hier eure Transaktion, ja. Sobald diese Transaktion da ist, also von Ethereum zu Pulsechain, ja, geht ihr wieder auf die offizielle Pulsechain-Seite. Dauert meistens so 15 bis 20 Minuten und dann könnt ihr hier, indem ihr auf app.pulsex geht, eure Wallet verbinden. Da braucht ihr nichts anderes zu machen, als hier einfach mal drauf zu klicken auf Meta-Mask. Dann kommt wahrscheinlich wieder Brave, ja. Ja, was passiert jetzt dann bei mir? Ich habe das jetzt extra so gemacht, dass ich meine Meta-Mask hier noch nicht, ja, schaut, ich habe hier Pulsechain noch nicht vorinstalliert. Das heißt, ich klicke jetzt auf Switch to Pulsechain, weil wir sind ja auf Ethereum. So, dann sagt er bitte, ändere dein Netzwerk, um weiterzufahren. Dann steht hier, switche dein Netzwerk in der Wallet. Das wollen wir machen. So kommt das Ganze dann hier bei Meta-Mask, wo du sagst, möchtest du dieser Seite das hinzufügen eines Netzwerks erlauben, genehmigen? Möchtest du das Netzwerk wechseln? Ja, das möchte ich auch. Und dann bist du hier drin und kannst hier oben einmal dieses Pulse runterbringen und hier Wrapped Ethereum eingeben und wirst dann hier deine Balance sehen. Jetzt brauchen die meisten Pulse oder man braucht Pulse, um hier weiterzukommen. Dazu habe ich ein Video gemacht, wie du kostenloses Pulse kriegst. Wenn du das nicht so bekommst, dann schreib mir. Dann findet man da sicherlich eine Lösung irgendwie. Und ab dem Moment bist du eigentlich frei, weil dann kannst du das Wrapped Ethereum hier in Pulse stecken. Dann hast du Pulse für die Überweisungsgebühren, Transaktionsgebühren, Entschuldigung. Und dann kannst du immer noch Wrapped Ethereum auch hier in PLSX stecken und bist so einfach hier schon mal gut aufgestellt. Ja, das war es auch eigentlich schon. Mehr brauchst du gar nicht zu wissen. Ab dem Moment, wo das passiert ist, passt es. Wenn ihr Pulse benötigt, dann schreibt mir einfach per WhatsApp oder in der Telegram-Gruppe, dann findet man da immer eine Möglichkeit, eine Lösung. Und ansonsten viel Spaß beim Nachkaufen, viel Spaß beim Investieren.